Nein! Habe ich ihn noch? Ich habe ihn noch! Er ist tot! Er liegt da! Er ist tot! Er ist tot! Wir haben es geschafft! So! Finn! Du kleiner Süßer! Willkommen wieder bei einer Runde Battlefront 2 auf der Xbox One X Multiplayer. Heute ist mein Ziel vielleicht mit Captain Phasma ein bisschen zu spielen. Optimalerweise oder sind wir gerade wieder? Wir sind in der Republik. Also, äh, Finn. Finn. Optimal wäre 600 Punkte jetzt zu erreichen und damit eventuell ähm Flugzeug zu fliegen, wollte ich sagen. Bevor ich hier kurz vorm Sterben war. Ziel erfasst! Eröffne das Feuer! Killer assist immerhin. Noch jemand, der hier hoch will vielleicht? Und stresst? Nein! Nein! Waren das genug Punkte? Ja! Das waren genug Punkte. Schnelles Flugzeug. Paar Punkte jetzt fahren, um Finn gleich ein bisschen zu spielen. Denn, ähm, ich habe jetzt heute den achten Star Wars Teil gesehen. Ich werde nicht spoilern. Äh, ich fand ihn aber super. Mir hat das Spaß gemacht. Er hat mehr Humor gehabt als die anderen Teile. Das war irgendwie merkwürdig. Ähm, aber er hat mich nicht gestört. Ich fand ihn auch teilweise auch lustig. Und ich fand ihn gut. Also mir hat der Star Wars Teil gefallen. Es gibt ja viele gespaltene Meinungen zu diesem Teil. Aber ich muss sagen, ich fand ihn, wie immer, relativ knorkel. Und ich kann ihn weiterempfehlen, ja. Ich kann ihn weiterempfehlen. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Star Wars, falls einer kommt. Ich denke aber schon. Ich glaube, das soll ja auch wieder eine Trilogie werden, ne? Habe ich gehört. Ah! Ich werde beschossen. Boah, Punkte. Kannst du bitte sterben? Ich muss erstmal wieder reinkommen hier ins Fliegen, ne? Aber ich finde, mit dem Fliegen kann man halt die besten Punkte mitmachen. Im Spiel, was das angeht. Ach man, du Blödkopf. Ah, da ist... Nein, nein, nein. Ah, ich hab's kommen sehen. Das sind unnötig Punkte. Ja, alles verloren. Alles, das war, das war von mir unnötig. Das war einfach unnötig von mir. Jetzt da zu sterben... Einfach unnötig. Das ist einfach das Wort. Das war gerade einfach unnötig. Mann! Dass ich da jetzt gegen... Ich hab... Kann ich mich jetzt schon wieder über mich selber aufregen, ne? Kann ich mich jetzt wieder über mich selber aufregen. Mann, Mann, Mann. Ganz schön unter Beschuss bin ich hier. Aufsammeln. Oder auch nicht. Und jetzt das Ganze bitte nochmal ohne failen. Das wäre sehr schön. Ach, Mann, Mann, Mann. Da... Auf den könnten wir jetzt draufballern schon mal. Ciao. Ich sehe aber gar keine anderen Spieler gerade in der Luft irgendwie, ne? Ah, doch, das da. Worauf ich gerade geballere, ist ein anderer Spieler. Der hat mich, glaube ich, getötet, ne? Weg mit dir. Du Blödkopf. Ne, wer mich angreift, der muss sterben. Außer ich fliege irgendwo gegen. Dann sterbe ich durch Dummheit, wie immer. Oh, ich liebe das Geräusch dieses... dieses Fighters. Ich liebe die Fluggeräusche davon, ne? Die sind so awesome. Also ich muss sagen, im Battlefront gibt es oft sehr viele coole Sounds, oder? Feuer! Natürlich hast du überlebt. Ja. Dankeschön. Ich war gerade wieder am Verzweifeln. So, sieht irgendjemand mal wieder einen anderen Spieler? Ich fühle mich so einsam hier. Nur nicht wieder irgendwo gegenfliegen jetzt. Wie ist das bei euch? Wart ihr schon Star Wars 8 gucken? Wie fandet ihr denn? Wird euch mal interessieren. Aber wenn ihr hier drüber talkt, unter in den Kommentaren, lasst bitte das Spoilern. Keine Spoiler, sonst werdet ihr gebannt, oder äh... gelöscht, oder sonst was. Na, ist ja klar. Also bitte nicht spoilern in den Kommentaren. Sowas ist immer uncool. Sowas mag keiner. Für Leute, die ihn noch nicht gesehen haben. Da ist irgendwo ein Gegner. Sag ich doch. Ein bisschen auf den Dings schießen, warum nicht? Ich bräuchte mal mehr Gegner jetzt. Ich fühle mich so einsam. Ach, Mann, Mann, Mann. Vielleicht können wir noch ein paar Spieler töten. Er war fast down. Das müssen wir nur noch wieder... Oh, da kommt schon wieder das Ding. Das tötet mich auch jedes Mal, ne? Das geht mir auch schon auf den Sack. Auf den Sack geht's mir. Wie lange hält die Blase? Okay, Frage beantwortet, Frage beantwortet. Ich möchte gerne leben. Das ist mein Ziel. Nein! Ich versuche es noch mal in der Luft. Was soll ich sonst machen, Leute? Nehmen wir mit euch. So zwei Spiele habe ich schon wieder gesnackt. Das ist doppelt bin ich zufrieden. So, wieso spielen wir so einen kleinen, decken Bomber? Der hält ein bisschen was aus. Nein! Du musst sterben. Das meine ich ernst. Das steht so in deinem Vertrag. Bin ich gerade doof oder so? Also, das wäre die einzige logische Erklärung, dass ich gerade irgendwie doof bin. Aua. Ich bin zwar im Teamplatz 2, aber mir fehlen immer noch irgendwie 4000 Punkte oder so. Und das, das sackt. Sag ich mal so. Oh, ich will doch nur den Finn spielen. Aua, ich bin fast tot. Ich gehe hier oben rein. Hier bin ich doch eigentlich sicher. Oder auch nicht. Ich werde irgendwie vergiftet oder so. Woher? Wie kann er mich im Obergeschoss, wenn er nicht mal drinnen ist? oben mich vergiften? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Wisst ihr Leute, was diese Runde wird? Eine Katastrophe. Eine Katastrophe ist die Antwort. So, da fliegt die Granate. Und? Total scheiße geflogen. Ich habe aber irgendwas getötet, immerhin. Ich gehe mal unter das Ding hier. Da fühle ich mich gerade ein bisschen sicherer. Auch wenn ich wahrscheinlich total unsicher bin. Zurückziehen. Zurückziehen tun nur Loser. Zurückziehen tun nur Loser. Selbst wenn Darth Maul an mir dran ist, hole ich noch Leute, ja? Selbst wenn ein Jedi an mir dran ist. Sif. Wir wollen korrekt beim Sif. Selbst dann gebe ich nicht auf und töte noch Leute. Wir haben irgendwie immer noch Platz zwei, Mann. Aber ich brauche mehr Punkte. Ich kann immer noch, ich kann zwar Yoda spielen, aber ich will Finn jetzt spielen. Finn, Finn, Finn. Kliemann. Was habe ich das denn? Habe ich einen Soundbug? Hört ihr das? Ist meine Waffe kaputt, Mann? Muss ich die austauschen? Das klingt irgendwie ganz merkwürdig. Gerade. Oder Klang. Es ist jetzt wieder weg. Verwirrend. Verwirrend. Das Wort des Jahres in meinem Wortschatz. Verwirrend. Hätten es da auf Mowel wieder am Rasieren. Sehr schöne Sache. Ich geh mal da rüber. Und werf da auch eine Granate hin. Man weiß ja nie, vielleicht trifft die ja irgendwas. Oh. Ich habe jetzt Schaden gemacht. Tausend. Ich brauche achttausend Punkte. Ich will noch tausend Punkte. Kylo Renestown. Super. Der Blödmann. Kann ich ja gar nicht leiden, den Kylo, ne? So, da ist noch Darth Vader. Bin ich eben schon immer so lustig. Da ist noch der Imperator. Wollen denn nicht noch mehr Gegner kommen? Irgendwie. Vielleicht 500.000 mehr oder so. Komm, vielleicht können wir in irgendeinem Helden von hinten so ein bisschen in den Rücken schießen. Nein. Habe ich ihn noch? Ich habe ihn noch. Er ist tot. Er liegt da. Er ist tot. Er ist tot. Wir haben es geschafft. So. Finn. Du kleiner Süßer. Den letzten Posten verteidigen. Da haben wir ihn. Ich habe vergessen, was die Fähigkeiten machen. Ich habe das vergessen, was die Fähigkeiten machen. Ja, wir buffen die auch, ne? Jetzt sind alle stärker im Umfeld. Genau. Das weiß ich noch. Jetzt sind alle stärker im Umfeld. Hallo. It's me. Ich bin's, der Finn. Oh Gott, da kommen gegnerische Helden. Ich will den jetzt nicht schon am Anfang wieder verlieren. Jetzt werde ich auch noch vergiftet. Heute ist nicht Finn's Tag. So, Freunde. Ich mache euch stärker. Ich glaube, wir können uns vorbeischleichen. So, dich habe ich. Ah. 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 Ein bisschen Angst, Mami. Was macht die Fähigkeit? Was macht die? Ich verstehe es nicht so ganz. Oh, die haben auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, was die Fähigkeiten macht. Aber ich glaube, irgendwas mit Schaden. Leben. Leben. Nein. 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 Lass mich bitte leben. Ah. Ah. Ich hätte immer noch durchlesen sollen, was welche Fähigkeiten macht. Ah. Das ist so eine Art Aimbot, oder? Das ist so eine Art Aimbot, glaube ich. War das die Aimbot-Fähigkeit? Ah, Mann. Mami. So. Ist mir egal, ne? Ist mir egal. Du bist tot, Junge. Ah. Die machen da hinten das Ding. Wir müssen da rüber. Ich habe zwar nur noch wenig Leben. aber wir müssen da gleich rüber. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Finn, lauf. 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 So, Freunde. Wie kommt Finn, der Heimwerkerkönig? Ja, das ist ein Aimbot, glaube ich. Tatsächlich. Hier, Stärkung für euch alle. Ich seh's zwar nix mehr, aber ich hoffe, ihr seid alle stärker. Oder ist es Aimbot oder Wallhack? Mann. Nicht mich töten. Ich bin noch freundlich. Ich hätte mir die Fisch können. Ich kann die noch mal durchlesen, oder? Moment. Okay. 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 Wo kann ich mir die noch mal durchlesen? Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich konnte die doch noch irgendwie lesen, noch mal. Während des Spielens. Ich weiß aber nicht mehr, wo. Ach, Mann. Das ärgert mich gerade. Ich muss mir die Messer merken. Ich helfe euch. So. Ich wollte nur helfen, Phasma töten. Jetzt bin ich zufrieden. Okay. 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 Wie hab ich das überlebt? Mami. Okay. Okay. Imperator ist noch da. Ich würd gern abhauen. Nein, 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 nein. Sieg und Flick, Freunde. Okay. 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 Warum ich tue mit Finn? Ich hab keine Ahnung. Aber es scheint so, als wenn es ab und an echt hilft. Okay, okay. Da ist Raiders down. Hier, Freunde. Ich mach euch wieder stärker. Da kommt der Imperator Penner. Bin gleich down, leider. Ja, 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 alter, das war spannend, das war spannend mit Finn am Ende. 30 in Bindierung, komm mal hin. In meinem Team Platz vier, knapp hinter den anderen. Das sind die Flugzeugflieger da, erster, zweiter. Das war eine coole Runde mit Finn am Ende noch. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das noch schaffen, da ein bisschen Finn zu spielen. War interessant, muss ich sagen. Hat mir gefallen. Und das, liebe Freunde, war wieder eine Runde Battlefront 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn der, könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen, eine Bewertung. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen und bis dann. Ciao.